ich meinte ja als kameramann kriegt er bestimmt auch da als alter kameramann kriegt er bestimmt da auch meine batterien vielleicht kann er sogar meine bolex reparieren mensch der klees polize alter fantastico ist aber der absoluter doppelgänger von john klees und dann sagt man mal dass die ddr ihren john hartfield nicht gelernt hat ich sag ja auch nicht mehr cheese hier ist das vögelchen sondern klees kennen sie klees nicht das ist ja eine parkour und die fünf cent dinger sind noch da abverkauft geil manströse spinnen kaugummiautomaten aufsteller ja das ist so michael schmacke ist kaugummiautomaten aufsteller und weil die dinger hier schon ein bisschen alt aussehen dürfen wir die alten hierher dann jetzt abkaufen ja fakt ist fakt ist die dinger sind nicht kaputt warum denn auch mit den alu münzen hat auch keiner die schaufensterscheiben kaputt gekratzt nur das mit dem kerosinbomber musste doch mal überlegen mit dem kerosinbomber mit dem kerosinbomber